143 Euro in 39 Minuten, 576 Euro in zwei Stunden, 1923 Euro in drei Tagen und 4754 Euro in nur einer Woche. Das ist das Ergebnis einer meiner Schüler, der mit 38 Jahren noch zu Hause bei seiner Mutter wohnt. Nicht weiß, wie man ein Spiegelei kocht, noch nie einen Hammer oder einen Schraubenzieher in der Hand hatte und jetzt pro Stunde bis zu 241 Euro verdient. Der Junge hatte bisher nur Computerspiele, Chips, Cola und Playboy-Hefte im Kopf. Seit kurzem lässt er mit seinem Handy und seinem Laptop selbst erfahrene Banker blass erscheinen. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Norbert und ich werde Ihnen nun etwas zeigen, das Sie beim ersten Mal nicht glauben werden. Selbst eingefleischte Profis müssen sich das auf zwei bis drei Mal anschauen. Sie werden sehen, wie einer meiner Schüler aus 200 Euro in sieben Tagen über 4754 Euro macht. Er macht das von zu Hause aus, von seinem PC. Online mit weniger als zwei Stunden Zeiteinsatz pro Tag. Er hatte nur 39 Minuten Zeit, alles zu lernen, was dazu notwendig war und er hatte bisher auch noch nie einen einzigen Euro im Internet verdient. Das Verrückte daran, man kann das auch vom Handy aus machen. Total crazy. Machen Sie sich jetzt bereit für eines der spannendsten Videos, das Sie je gesehen haben. Gehen Sie mit meinem Schüler in Zeitraffer durch diese sieben Tage und sehen Sie live, was sich getan hat und wie er es getan hat. Sie werden sprachlos sein, was so ein Müttersöhnchen auf die Reihe bekommt. Sie sehen nun, wie sich mein Schüler jeden Tag in sein Konto einloggt. Er zeigt im Video jeden Tag den aktuellen Kontostand von seinem Echtgeldkonto, ein paar Ausschnitte, was er gemacht hat und wie sich sein Kontostand entwickelt. Sehen Sie genau hin. Es sind keine Screenshots oder von Photoshop bearbeitete Bilder, sondern Videos von seinem Handelskonto, das er selber in weniger als zwei Minuten eröffnet und startklar gemacht hat. Kinderleicht und für jeden sofort nachzumachen. Ich erkläre Ihnen nun kurz, was Sie hier sehen. Als erstes lockt sich mein Schüler jeden Tag ein, zeigt Ihnen den aktuellen Kontostand. Der Kontostand ist hier oben zu sehen. Sie können das ständig beobachten und mitverfolgen. Es ist ein Video und absolut real. Kein Demokonto und keine Bilder, die man fälschen kann. Ein Echtgeldkonto mit echtem Geld. Vergessen Sie angebliche Nachweise von Bildern. Lassen Sie sich nicht von Fotomontagen überzeugen, sondern glauben Sie nur bewegten Bildern, auf denen man Texte markieren kann. Denn diese kann man nicht fälschen. Der Kontostand am ersten Tag beträgt 200 Euro, wie Sie sehen konnten. Das Abenteuer beginnt damit jetzt. Als nächstes wird mein Schüler auf die 60-Sekunden-Trades gehen und dann nach einem kinderleichten Plan handeln. Keine Strategie, keine Charts analysieren, kein Fachwissen, keine Pentagon-Methoden und keine geheimen Tricks. Nein, ein einfacher und kinderleichter Plan mit einer absolut 100-prozentigen Quote. So leicht, dass es ein 5-jähriges Kind verstehen kann. Es ist einer der fiesen Wall-Street-Tricks. Einer der Tricks, wofür Wall-Street-Banker, also Ex-Kollegen von mir, horrende Jahresgagen von mehreren Millionen Euro bekommen. Wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, wie diese Wall-Street-Banker jedes Jahr nur Gewinne erzielen und Millionen verdienen, während man dem normalen Bürger auf sein sauer verdientes und gespartes Geld dann nur 3,44% Zinsen auf teilweise hochriskante Fondpakete bezahlt, hier ist die Antwort. Während ich hier spreche, sehen Sie im Hintergrund schon die rasante Entwicklung des Kontos. Wie Sie sehen, hat mein Schüler schon angefangen und die ersten Trades mit nur 5 Euro platziert. Ungeachtet dessen, ob er diesen Trade jetzt gewinnen wird, werden Sie staunen, wie viel Geld er in den kommenden ca. 2 Stunden und 20 Minuten verdienen wird. Bedenken Sie, er sitzt zu Hause im Wohnzimmer vor seinem Laptop und lässt sich gerade von seiner Mutter eine Limonade bringen, während er das hier macht. Er hat in seinem Leben noch kaum etwas geleistet, noch nie einen ernsthaften Job erledigt, er hat nur mein Seminar online besucht und macht jetzt das, was Sie hier live mitverfolgen können. Er macht das, was Sie in den kommenden 39 Minuten auch erlernen können, wie jeder meiner Schüler. Er platziert einen Trade nach dem anderen, genau nach Plan. Wie das geht, werde ich Ihnen ganz genau zeigen. Alles dauert weniger als 39 Minuten und schon können Sie das nachmachen. Machen wir nun einen Sprung nach vorne im Video. Ans Ende des ersten Tages. Hier noch der letzte 5 Euro Trade. Selbstverständlich ein Volltreffer. Wie könnte es anders sein? Zoomen wir mal zum Kontostand. Da sagen Sie nichts mehr. In 2 Stunden und 20 Minuten hat er den Kontostand von 200 Euro auf sagenhafte 764,22 Euro vergrößert, was einem Nettogewinn von 564,22 Euro entspricht. Das entspricht einem Stundenlohn von 241,70 Euro. Aber hallo, wie viel verdienen Sie pro Stunde, wenn Sie sich zu Hause auf dem Sofa mit Limonade bedienen lassen? Okay, vielleicht werden Sie von Ihrem Partner bedient oder müssen Sie sich Ihren Drink selber aus dem Kühlschrank holen. Aber im Ernst, wie viel verdienen Sie, wenn Sie die Beine zu Hause auf dem Sofa hochlegen? Aber gut, das war aber nur ein Tag. Das könnte Glück sein, weshalb wir hier gleich weitermachen. Wir hüpfen auf den nächsten Tag. Gestern war Dienstag der 24. Hier können Sie sehen, es ist Mittwoch der 25. Und er startet nun wieder seine Session. Macht wieder dasselbe wie gestern auch schon. Dazu muss er nicht viel denken und kann nebenbei noch Talkshows im Fernsehen schauen. Keine Ahnung, warum er darauf steht, aber lassen wir ihn machen. Ist ja sein Bier. Wie Sie sehen, haben wir auch hier wieder Videos. Keine Bilder. Was Sie hier sehen, ist Realität. Es ist ein echtes Konto, wie Sie es heute noch in weniger als zwei Minuten haben können und nach diesem und einem weiteren Video in weniger als 35 Minuten von jetzt an startklar sind. Schauen wir uns wieder seinen letzten Trade des Tages an. Auch der wurde logischerweise positiv abgeschlossen und nun schwenken wir schnell zum aktuellen Kontostand hinauf, den Thomas da erzielt hat. Bedarf es hier noch weiterer Worte? Gestern Morgen waren es noch 200 Euro. Auch das könnte noch Glück oder Zufall sein. Ich habe Ihnen deshalb gebeten, mir weiter Videos von jedem Tag zu senden, damit Sie sehen, was hier möglich ist. Die folgenden Tage lasse ich nun im Hintergrund ablaufen. Sie können immer sehen, dass es ein Video ist. Nicht so ein Bullshit von Bildern, die man sonst so oft zu sehen bekommt. Er markiert immer den Text und die tickende Uhr zeigt, dass es auch von der Webseite aufgenommen wurde. Beachten Sie wirklich die Details. Beobachten Sie die Daten, Uhrzeiten und Zahlen ganz genau. Falls notwendig, schauen Sie sich das Video einfach noch einmal an. Während Sie im Hintergrund also sehen, was ich tut, möchte ich darüber reden, was Sie davon haben, dass dieser Kerl hier die Gelddruckmaschine auf Mutters Sofa angeschmissen hat. Wir wollen mal ganz ehrlich sein. Niemand hat irgendetwas zu verschenken. Auch ich nicht. Ich möchte, dass Sie das Seminar, das weniger als 40 Minuten dauert und alles hundertprozentig erklärt, besuchen. Ich möchte, dass Sie sich Zeit dafür nehmen und genau erfahren, wie meine einfachen Tipps in der Praxis angewendet werden. In weiterer Folge würde ich mich freuen, wenn Sie dann später einmal das eine oder andere Seminar von mir besuchen würden, nachdem Sie ordentlich Geld verdient haben. Zugegeben, diese Seminare sind nicht ganz billig, aber wir wollen von Anfang an offen und ehrlich miteinander umgehen. Bitte sehen Sie sich dazu die Erfahrungsberichte von Besuchern meiner Seminare am Ende dieses Videos unten und auf dieser Webseite an. Beachten Sie derweilen weiter im Hintergrund die Kontoentwicklung von Tag zu Tag. Nach wie vor ein Video von einem Echtgeldkonto, wo Sie sehen, dass der Kollege alles mit zwei Klicks erledigt. Hammer, nicht? Das Verrückte ist, dass das einfach irgendein Schüler von mir ist. Ausnahmslos alle, die meine Anleitung befolgen, erleben genau das. Kommen wir aber nun zu meinem Angebot. Meine Tipps, wie heute noch absolut jeder starten kann, sind in ein kleines Seminar gepackt und es finden sich noch weitere Beschreibungen, Tipps und Anleitungen in einem Mitgliederbereich, den nur meine Schüler betreten dürfen. Die Mitgliedschaft kostet normalerweise 297 Euro pro Monat und beinhaltet ein Live-Seminar in einer Stadt in ihrer Nähe, von denen ich bis zu 30 im Jahr veranstalte. Für einen streng limitierten Zeitraum möchte ich allerdings einfach nur Mitglieder aufbauen, die meine Tipps anwenden, Erfolg damit haben und das dann auf Facebook, Online-Blogs, im Internet und via Twitter verbreiten, denn das absolut stärkste Werbemittel ist und bleibt die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist also das Geschäft. Ich verschenke den Zugang im Wert von über 3.500 Euro pro Jahr an 250 Menschen und werde mir dadurch langfristig sehr viel Werbekosten sparen. Ich brauche keine Werbeagenturen. Ich werde von aktiven, zufriedenen und begeisterten Mitgliedern weiterempfohlen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda das stärkste Werbemittel ist, aus dem sich inzwischen ganze Industriezweige herausgebildet haben. Zur Anmeldung der Mitgliedschaft sind keine Bank- oder Kreditkartendaten notwendig. Sie müssen nicht einmal Ihre Wohnadresse angeben, da ich Ihnen alle Infos immer per E-Mail zusenden werde. Es gibt also absolut kein Risiko für Sie. Klicken Sie unter dem Video einfach auf Mitgliederbereich betreten, um das einmalige Trainingsvideo zu sehen. Es ist wirklich alles, was Sie brauchen, um heute noch locker 350 Euro zu verdienen. Haben Sie schon beobachtet, was sich im Video im Hintergrund tut? Wir sind inzwischen bei Tag 5 angekommen. Es war ein Wochenende dazwischen. Deshalb es einen Sprung im Datum gab, denn an den Wochenenden ist es nicht möglich zu traden, da die Börsen und Märkte dann geschlossen sind. Der Kontostand ist nach 5 Tagen von 200 Euro auf 3151 Euro gewachsen und er steigt Tag für Tag. Wir bleiben aber dran. Sie werden noch weiter staunen, denn das ist längst noch nicht alles. Es ist ein absolut sicherer und kinderleichter Plan, den jeder sofort umsetzen kann, der mehr Hirnzellen als eine Fruchtfliege hat. Damit will ich sagen, jeder kann das genau so machen. Ich erlebe das jeden Tag und es sind hunderte Schüler von mir, die das jeden Tag genau so machen. Sehen Sie sich die zahlreichen Videoberichte von Anwendern, Seminarteilnehmern und Kollegen auf dieser Webseite an. Es sind Menschen aus allen Bereichen, von der Hausfrauenmutter, Handwerker, Anwalt bis zum Professor und zahlreichen anderen Berufsgruppen ist alles vertreten. Täglich werden über 3000 Milliarden US-Dollar im Handel mit Forex einmal praktisch wie eine große Welle um die Welt geschoben. Hunderttausende Menschen verdienen jeden Tag Milliarden von Euros mit dem Handel von Devisen, Aktien und Rohstoffen. Wobei ich gleich anmerke, dass meine Tipps für den Einsteiger ausschließlich für Devisen sind, um es wirklich kinderleicht und für jeden sofort umsetzbar zu machen. Diese Märkte sind schon aufgrund ihrer schieren Größe nicht manipulierbar. Mit den richtigen Tipps werden hier Millionäre gemacht. Der Weg dorthin ist als Einsteiger vielleicht für Sie noch unüberschaubar. Und deshalb bleiben wir bei den Ergebnissen, die meine Schüler alle erreichen. Das sind einige tausend Euro im Monat. Haben Sie übrigens schon gesehen, wie sich das Konto unseres Muttersöhnchens entwickelt hat? An Tag 7 sind wir schon bei 4.754 Euro angekommen. Und noch einmal, das ist ein Schüler von mir, der nur das Seminar besucht hat, das ich Ihnen heute kostenlos anbiete. Sie sind nur noch ca. 25 Minuten davon entfernt. Bedenken Sie, der kostenlose Zugang ist limitiert. Ich nehme nur 250 Schüler kostenlos auf. Ab dann wird dieser Zugang kostenpflichtig. Sollte also der Zugang unter dem Video noch kostenlos sein, wäre mein Tipp, jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Zahlreiche Menschen haben es schon gemacht. Sie sehen die Videos von Ihnen weiter unten auf dieser und auf der nächsten Webseite. Auch das sind echte Menschen vor der Kamera. Keine gekauften Bilder mit erfundenen Geschichten. Was Sie hier sehen, sind lediglich die Tatsachen. Vielleicht klingt es nicht ganz überwältigend, wenn jemand ehrliche 200 Euro verdient hat. Es wäre so viel überzeugender, ein gekauftes Bild und einen erfundenen Text zu erstellen, in dem behauptet wird, jemand hätte 100.000 Euro verdient. Das ist genau das, was man Ihnen auf so vielen Websites im Internet verkauft. Aber das ist genau der Bullshit, den es hier nicht geben wird. Ich meine es ernst und meine Schüler sind auf ihre tatsächlichen Ergebnisse stolz, was sie auch gerne zeigen. Sie fragen sich bestimmt, warum ich die Tipps nicht selber anwende und damit reich werde. Ich will auch hier ehrlich zu Ihnen sein. Mein Traum war es als junger Mann, immer schon auf der Bühne zu stehen. Nicht als Schauspieler, sondern als jemand, der anderen Menschen etwas Sinnvolles beibringen kann. Ich habe bereits mit dem Trade Millionen verdient. Habe also keine finanziellen Sorgen und mit 30 Seminaren pro Jahr mit jeweils 80 bis 150 Teilnehmern habe ich neben dem Traden ein gutes Leben. Ich mache das, was mir Spaß macht, komme um die ganze Welt und treffe überall auf interessante Menschen. Ich habe damit meine Berufung gefunden und würde mich freuen, auch Sie bald kennenzulernen. Mein Schüler hat hier in sieben Tagen 4.754 Euro Gewinn gemacht, obwohl er noch nie im Leben zuvor von Devisenhandel oder Börse gehört hat. Er wusste, dass es das gibt, aber selber hatte er damit nichts zu tun. Er hat einfach nur das gemacht, was ich ihm gezeigt habe. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie das nicht schaffen, ist das nicht das Richtige für Sie. Wenn Sie nach der Arbeit lieber mit einem Bierchen vor dem Fernseher sitzen, müde sein wollen oder keine Lust auf eine Veränderung haben, freut es mich für Sie, dass es Ihnen so gut geht. Sie können sich dann die kommenden Schritte und den Zeitaufwand sparen. Klicken Sie dann lieber oben rechts oder links in Ihrem Browser auf Schließen. Denn hier ist Aufmerksamkeit und Leistung gefragt. Es ist kein Hobby, kein Spiel, sondern ein ernsthaftes Geschäft. Nur wenn Sie konsequent an den Tagen Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr am Morgen und 23 Uhr in der Nacht irgendwann 2 bis 4 ungestörte Stunden haben, können Sie hier 200 bis 600 Euro am Tag verdienen, wie es hier im Video live von meinem Schüler gezeigt wird. Bei durchschnittlich 21 Handelstagen im Monat reden wir hier über 4.400 bis 12.600 Euro pro Monat, die Sie dazu verdienen können. Keine Millionen und kein Millionär über Nacht, aber ein Top-Einkommen, um einige Wünsche im Leben zu erfüllen, kann hier jeder erzielen, der es wirklich will. Nun kommen wir noch zur wichtigsten Frage. Was passiert, wenn unser Schüler beim Broker eine Auszahlung anfordert? Wird das Geld tatsächlich ausbezahlt und kommt es auf seinem Bankkonto an? Das ist entscheidend, denn da es ein Echtgeldkonto ist, kann auch gezeigt werden, wie eine Auszahlung ausschaut. Dazu klickt er auf die Auszahlungsoptionen und lässt sich 2.754 Euro ausbezahlen. Er hat bewusst so einen ungeraden Betrag gewählt, damit man das auf seinem Kontoauszug auch klar wiedererkennen kann. Er klickt auf Auszahlen und schon wird der Vorgang bearbeitet. Auszahlungen werden immer sofort in die Wege geleitet und dauern in der Regel 1 bis 5 Arbeitstage. In dem Fall zeigt er uns nun sein Bankkonto. Oha, wow, ein Schweizer Bankkonto. Okay, und hier sehen wir jetzt den Geldeingang. Das Geld ist am 2.8. eingegangen, was jetzt schon außergewöhnlich schnell ging, aber eben zeigt, dass der Broker immer sofort bezahlt. Es ist auch der Betrag von 2.754 Euro und Sie sehen auch, dass es ein echtes Schweizer Bankkonto ist. Einmal hier oben in der URL-Eingabe und dann daran, dass man alles markieren kann. Es ist also hundertprozentig echt. Hier klickt er noch auf die Auszahlung selber drauf. So eine Art Eingangsbeleg, auf der man alle Details sehen kann. Eben im Betreff auch, dass das Geld von dem Broker gekommen ist, bei dem er getradet hatte. Unser Schüler hat also in 7 Handelstagen mit 2-4 Stunden Zeitaufwand pro Tag ein Handelskonto von 200 auf 4.754 Euro getradet und damit 4.554 Euro Gewinn gemacht, was einem Stundenlohn von ca. 220 Euro entspricht. Die Frage ist nur, wie viele Stunden haben Sie Zeit, um genau das nachzumachen? Wenn Sie dieses Video sehen, haben Sie die Möglichkeit, nun alles hundertprozentig kostenlos und ohne Risiko zu erlernen. Klicken Sie unter dem Video einfach auf Mitgliederbereich betreten, um das einmalige Trainingsvideo zu sehen. Es ist wirklich alles, was Sie brauchen, um heute noch locker 350 Euro zu verdienen. Alles, was Sie wissen müssen, um sofort zu starten, lernen Sie auf der nächsten Seite. Sie sind nur noch einen Katzensprung davon entfernt und ich würde mich freuen, Sie gleich auf der anderen Seite begrüßen zu dürfen. Als Abschluss zu diesem Video möchte ich Ihnen noch ein paar meiner Schüler vorstellen, die meine Seminare besucht haben. Viele dieser Schüler haben noch während dem Seminar meine Tipps angewendet und direkt am Seminar mehr Geld verdient, als das Seminar selber gekostet hat. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag und freue mich darauf, Sie auf der nächsten Seite begrüßen zu dürfen. Bis gleich! Aber hier ist es so einfach, ich kann das von zu Hause machen, vom PC aus muss ich rausgehen, muss niemand irgendwas aufschrauben, das ist so super. Meiner Meinung nach sollte sich das jeder einfach mal anschauen. Denn einfacher geht es nicht. Also das glaubt mir zu Hause kein Mensch, weil das hier ist wirklich der Hammer. Einfach nachvollziehbar und absolut jeder kann hier sofort Geld verdienen. Und am Nachmittag haben wir gelernt, wie wir sogar mehr verdienen können, als wir für das Seminar bezahlt haben. Meine ersten Euro habe ich innerhalb der anderthalb Stunden verdient, wo ich mir alles angeguckt habe und der Anleitung genau gefolgt bin. Die ersten 80 Euro habe ich gleich nach zwei Stunden verdient und da war ich sofort süchtig. Ich bin dann erst mal zwölf Stunden nicht vom Computer weggekommen. Wir haben gleich alles anwenden können. Das heißt, ich habe bei dem Seminar mehr Geld verdient, als das Seminar selbst gekostet hat. Und das Ergebnis war, ich bin zweimal von dem Geld im Urlaub gefahren. Einmal nach Miami und einmal nach Kanada. Aber heute lache ich, weil mir das Training einfach sehr großen Spaß macht und weil es etwas ist, das wirklich funktioniert. Ja, genau so. Wir sind zum Glück. Mehr Geld verdient! Sekunde, wir sind in der ein wenig, wir sind in der Tänke, wir sind in der Dä Island. wir sind in der Und das ist denn so. Wir sind die